Wow! Gefällt er euch? Das ist mein neuer Roboter. Seht mal, was er kann. Er kann den Kopf und die Arme überwegen. Ja, er ist Super-Duper-Didi. Oh, das ist ja wirklich ein toller Roboter-Didi. Ja, mein Papa hat ihn mir geschenkt. Er ist mein Lieblingsspielzeug. Also, kannst du heute gar nicht mit deinem Roboter spielen? Nein, leider nicht. Dann könnte ich ihn mir vielleicht ausleihen. Nur bis heute Abend. Dann bekommst du ihn wieder. Versprochen. Na gut, aber versprich mir, dass du gut auf ihn aufpasst. Er ist mein Lieblingsspielzeug. Ja, klar. Versprochen. Danke, Didi. Flieg, Robbo, flieg! Leo, kommst du mal bitte? Wir haben eine Überraschung für dich. Ah, die Mundharmonika, auf der ich so gerne spiele. Danke. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.